Was geht ab, Jungs? Alles klar? Neues Video, neue Reaktion, Bruder. Ich sag euch ehrlich, ich hab vorhin, vorhin hab ich Hähnchen gemacht im Ofen, aber irgendwie, diese Hähnchen hat drinnen so trocken geschmeckt. Keine Ahnung, Bruder. Warum erzähl ich das euch überhaupt? Hochiger Hugo, Bismillah, let's go. Mit zunehmendem Alter nutzen sich die Zähne ab und verfärben sich gelb. Dagegen können sie rechtzeitig etwas tun. Mit einem schönen neuen Rentnergebiss. Ey, das ist, guck mal diese Bär an, guck mal diese Bär an. Also ich sag euch ehrlich, deine Zähne sind krass geworden. Guck mal, diese gelbe Zähne kommen hauptsächlich von Ding, Bruder. Von Zigaretten, dies, das und ja. Schöne Gebiss, Bruder. So ein dummer Wichler. Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Legende ist der IRL-Stream mit Adler-Sand. Entschuldigen Sie, ich möchte Sie eigentlich nicht belästigen. Aber Sie machen das. Achso, wenn ich... Nein. Aber Sie machen das. Nein, nein, Sie haben recht. Entschuldigung, nein, Sie haben mich tief getroffen. Nein, nein, nein. Der spricht auch jeden auf der Straße an, Bruder, Jani, schämst du dich nicht? Ey, du hast schon so viel komische Scheiße gemacht, Bruder. Ich will nicht in deine Haut stecken. Am Ende, du machst es bei dem falschen, Bruder. Da kommen fünf Kursen, sechs Kursen, die auch nicht kaputt. Herr Lagerfeld, Sie reden. Lagerfeld. Tun Sie weiter und reden. Ey, was ist das denn? Sie? Man hat mir scheinbar den Loxikana abgekauft. Hey, 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 hola, Chica. Noni. Was ist ein ekelhaft da? Oh, Unge, soll ich dir Platz machen? Nein, ich mach dir keinen Platz, ich steh vorne, Bruder. Sie haben hier von jeglicher Form von Sexismus. Melones grande. Einfach sexistisch und nicht cool. Ich distanziere mich. Ich distanziere mich auch, Chat, ich distanziere mich. Ey, guter Mann, können Sie mit diesem Objektiv in mich zoomen? Ich distanziere mich. Können Sie mit diesem Objektiv in mich hineinzoomen? Ja, wenig. Ich möchte, dass Sie mich durchdringen. Ja. Das wäre mir eine Freude. Mit den 200er nicht möglich, dass ich Sie durchdringen. Mit genug Vaseline wäre es möglich. Nein, wäre es möglich. Ja, ja. What the fuck, Digga? Ey, wie unangenehm. Wallah, wie unangenehm. Schönes Wochenende, Bruder. Ist das Essig und Rotkraut? Hä? Hä, was war das? Ich dachte gerade, ich habe Nachrichten auf Discord bekommen. Das kommt ja von Video, oder? Kommt das von Video? Digga. Das ist so. Das kam von Video, Bruder. Er hat mich gerade hops genommen, Wallah. Ist das Essig und Rotkraut? Hä? Digga. Ja. Brauerei. Brauerei? Oh, ich bin mir sehr sicher, dass diese Auskunft durch das Gartenkutzgesetz verfügt ist. Wem geht lieber schnell weiter. Ganz unten kommt, dass ich lage in die Brauerei. Danke. Danke. Ja, was? Das ist irgendwie von der Brauerei. Das war eigentlich alles voller Bier. Also, wenn man jemanden aushauben sollte, wäre wahrscheinlich diesen Mann. Also, ich distanziere mich natürlich grundsätzlich von schwerem Raub. Alles gut, das war Spaß. Ja, ich bin so fliegt. Bruder, ich will gar nicht fragen und ich frage mich, warum dieser Clip seit zwei Minuten läuft. Tamam, reicht. Tamam. Vielen after. In der Fernsehung gibt es gerade mal 500 Aids-Kranke. Er seit heute 501. Entschuldigen Sie. Bruder, was ist das? Bald kommt was anderes. Bruder, Alhamdulillah. Reicht da mal noch. Tragen Sie eine schwere Lasten-Sicherung? Du vegane Drecksau. Geh mal was fressen. Dumme Veganer, Sauveganer-Spaßdi. Entbann mich, dumme Veganer-Sau. Ey, ich sag euch ehrlich, ich hab Respekt vor Veganer, Bruder. Wallabilla, ich kann das gar nicht aushalten, diese vegane Sachen. Tut mir leid an alle Veganer, die mir zuschauen. Ich kann das nicht. Vegetarier, okay, kann ich verstehen, aber Veganer. Da hört der Spaß bei mir auf, Bruder. Also, ich hätte den Typen entbannt jetzt. Wir raiden jetzt ungespielt. Und wir gucken da rein. Schön, Asch. Zeig mir deine Wache. Zeig mir deine Wache. Ach, du Scheiße. Ausländer raus. Ausländer raus. Ausländer rein. Hey, hier ist Knossis Mutter. Du folgst mir ja nicht mal, du Kick. Echt, kann ich Knossis Mutter folgen? Nein, nein, ich will keine Witze machen, Jungs. Kommt jetzt scheiße, am Ende, seine Mutter ruft mich an. Macht Stress. Kurz auf den Balkon, Jungs. Der hab ich vom Sascha mitgenommen. Der ist aber ganz schön schlau. Jetzt zwischen den Beinen. Ey, ich würde auch gerne so eine Statue haben. So mit Nussknacker, Bruder. Ich glaube, das muss ich machen lassen. Wo hat der das gemacht? Hey, what the fuck? Komm, lass. Der wollte doch nur, dass du in den Schritt fällst. Dass das lustig aussieht. Der verarscht dich doch. Mama Mutter. Wenn man mal dem Sohn im Fernsehen zuschaut. Der Jens spinnt, hat das in der Stirn. Ihr seid im Fernsehen. Irgendwann wird er verhaftet. Ich filme halt jetzt mal ein Stück. Ja, also, diese Fernsehen und so, das habe ich damals auch oft geguckt. Bruder, ich habe da Preise gesehen. Da stand irgendwie von 200 Euro runter auf 50. Und ich dachte mir immer, Bruder, Mama ruft da an. Hol das, hol das, hol das. Oder diese Gewinnspiele. Sagt mir, ein Tier mit Haar. Mein Tier mit Haar. Ich dachte mir, Bruder, ich weiß, ein Tier mit Haar. Den Sender jetzt nicht finden. Aber sie hat nicht nur ein Stück gefilmt. Was eine stolze Mutter. Die fotografiert durchgehend, macht Storys. Das ist ein Sohn im Internet. Voilà, meine Mutter würde durchdrehen. Sie sieht mich so im Fernsehen, wo ich da rede. Und so, die würde sagen, oh mein Gott. Oh, no, Maschallah, Maschallah. Ganze Show gefilmt. Ich glaube, jetzt langt es euch, oder? Ja, und schon, aber glaube dir noch nicht. Jetzt muss ich doch noch ein Stück filmen. Unmöglich ist der. Das wird nichts. Ich sage Ihnen, das ist auch leicht zu waschen. Der hat aber nichts mehr Ahnung vom Waschen. Jetzt wird er auch noch geschminkt, weil er so scheiße aussieht. Bruder, seine Mutter schießt gegen ihn, Bruder. Wallah, ich halte mich bedenkt. Geh mal runter, Bruder, geh mal runter. Hat aber auch heute Agnes. Sieht aber stark aus. Das sagst du gar nicht. Nee. Der ist ja sehr spitz, der arme Kerl. Der ist ja anders am schwitzen. Wie schnell dieser Fall auch einfach kommen kann. Also Mr. Trashpack habe ich damals auch immer geguckt. Irgendwann ist Mr. Trashpack gestorben. Also der ist nicht gestorben. Er an sich war nicht mehr interessant. Da kam Herr Newstime. Und dann hat man den geguckt, Bruder. Und dann kam der und der. Fick nicht mein Kopf. Hat die Heizung angemacht. Wer hat Mr. Trashpack in diesen Raum eingesperrt und die Heizung auf fünf gedreht. Fall auch einfach kommen kann. Das ist doch nicht echt, oder? Ist das das echte? Ist das wirklich sein Schweiß? Ist doch Spaß, oder? Er ist einfach komplett am Triefen. Einmal nix mehr hart. Iiiiih! Er ist einfach in so ein Studio eingeschlossen worden. Bruder, what the fuck? Haben wir nachräumen? Ich produziere jetzt wieder. Wie er schwitzt! News. Komm, let's go news jetzt. Er so, ich bin am schwitzt. Iiiih! Lass mich hier raus. Wow. Wow, eigentlich so unfähig, ne? Kündigt den mal bitte. Wer hat das Video gemacht? Oh, Mois. Ich muss mich bedenken. Ist Mois-Sohn ein Mama oder Papa Kind? Und seine Tochter? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wie scheiße, euer Gott. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mark Bibauer. Ist das Papa Freund? Ja. Hau ihn mal ein, ne? Hau mal mit Piratenschwert. Oh, oh. Hey, okay. Frons Mutter zu diesem Traum. Ist das echt seine Mutter? Ja, ja. Das ist seine Mutter, ne? Bruder, Bruder. Da müssen wir die Mütter doch mal zusammenführen. Und dann jeder von uns mal mit der anderen Mutter. What the fuck, du kranker Mann, Alter? What the fuck, Orlon? Attraktive, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist so meine Kategorie-Livestream. Moin, Manni. Okay, bei ihm kann ich mir vorstellen. Also bei dem Herr mit der Glatze, wie hieß der nochmal, ja? Auf jeden Fall erinnert mich auch sehr an eine Person, die auch in diesen Aktivitäten ist. Ich will keinen Namen nennen. Die ist 60+, ist doch scheißegal, 60+. Was ist los jetzt? Euer Schleimhügel. Manni, ich bin Onlyfans-Vip bei Alexa. Wir haben einfach einen getroffen, der Onlyfans-Konsument ist und dann auch bei Alexa. Du musst dir mal überlegen, Digga. Du sitzt einfach zu Hause, ja? Ich nehm es jetzt einfach mal an und wickst dir einen auf meine Freundin, Digga. Du bist der beste, Alter. Boah, war das deine Freundin? Du bist der beste, Alter. Oh, oh. Ey, Bruder. Bruder, wie heißt die Instagram? Ach, so steht da drauf. Come on. Boah, yo, Bruder. Boah, yo. Okay. Boah, yo. Bei uns ist jetzt so ein Ding. Wir treffen uns mit unseren Frauen. Ja, krass. Ja. Alter, überleg mal. Jetzt ist es so geworden. Früher war anders. Früher saßt du jede Woche mit einer anderen Prostituierten hier. Hat der den exposed, Bruder, ohne zu schämen. Gut. Oh, Mann, Alter. Auch käuflich. Die eine kannten wir doch. Chat. Die kennen wir doch. Die hier. Die oben. Die kennen wir doch. Die kennen wir doch. Also, ich will nichts sagen. Ich will nichts sagen. Weißt du? Natürlich so ein paar. Bei meinen Eltern gefunden. Ich dachte, er hat meinen Vater. Ich habe bei euch mal Postos entdeckt. OOS-Kassette ist aber so dicke drauf. Mollik aber heiß so als Sumoringa rum. Einige dabei, wo die Frauen wirkliche Wuchtbrummen waren. Das war dann Zufall. Alle Kassetten gefunden. Ich habe das alles entdeckt. Ja und? Ich kann auch mit dir was erzählen. Was denn? Ich weiß schon, warum deine Tüte da oben hing. In meinem Jugendzimmer. Da oben habe ich so ein... Boah, das ist er als Jugendlicher? Iiiiih, warum die Tüte da hing. Jaja, man sieht schon. Du ekelhafter Bar. Müllbeutel. Müllbeutel, jaja. Ich weiß schon, warum deine Tüte da oben hing. Und ein paar Hefte. Zeitschriften. Warum guckt ihr zu? Ich meine generell Streams. Ja, ich denke, bei dir gucken die wegen Aussehen. Ja. Wegen Down-Syndrom halt. Safi, der wurde ganz kurz zu Dr. Disrespect. Downy Streams Beste. Ein ganz besonderer Zauberer. In seiner Wohnung hat er sich ein eigenes Studio eingerichtet. Tagsüber muss Jens in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Aber seine eigentliche Berufung ist die Zauberei. Ja, guck ich hier Reaction? Guck ich hier Hungriger Hugo? Guck ich hier Star Wars? Harry Potter haben wir nach... Du bist wirklich ohne Scheiße. Checkt Hungriger Hugo ab, Bruder. Was soll ich euch sagen? Ich sag gar nichts. Yalla. Guck ich hier. Du bist ja. Bis zum nächsten Mal.